Erst im Mai erklärt Liveball-Organisator Geri Kessler, dass er sich schon langsam um einen Nachfolger für seinen Posten bemühen würde. Heiß wird diskutiert darüber, wer diese Aufgabe übernehmen könnte. Anfangs wird spekuliert, dass Conchita Wurst übernehmen wird. Aber die Sängerin dementiert. Sie fühlt sich der Aufgabe noch nicht gewachsen und lehnt ab. Jetzt wird in Geri Kesslers Mitarbeiterkreisen davon gesprochen, dass es tatsächlich der letzte Liveball des 53-Jährigen sein könnte. Ein Insider verrät, dass ein älterer Mitarbeiter, der bereits seit Jahren in der Organisation eingebunden ist, sein Nachfolger sein wird. Auf Nachfrage der Tageszeitung Österreich, ob bereits 2017 Kesslers letzter Ball als Organisator stattgefunden habe, antwortet Kessler nur, dass er mit seinem Team bereits den nächsten plane. Er freue sich bereits schon auf die 25. Jubiläumsausgabe 2018. Weiter spricht er davon, dass er einen dementsprechenden Abgang machen würde. Könnte das schon beim Jubiläumsball im nächsten Jahr sein? Es wäre jedenfalls sehr schade, wenn Geri Kessler da nicht mehr dabei sein würde.